hey moin ben hua na oft bei dir ist alles freisch oft so schön dienstag der band ist halt gemütlich und mir war kalt mir war kalt das hat auch so ein bisschen gehindert aufzustehen man na es gibt hier kein reset ich hoffe du hast einen schönen dienstag ok wegen dem zu guten weg zu sterben ist halt schon echt ekelhaft wenn ich pkw einlöse auf jeden fall nicht geht ich habe einen schönen joker das freut mich ich hoffe das ist ein geiles stream das könnte wieder gezockt oder kann das sein evaristo skill danke für den folgen herzlichen willkommen ok jetzt schreibt da noch so was statt zu schreiben mein stream war cool da postet er so einen comment direkt wie war denn dein stream junge warte ich gebe dir ich gebe dir gleich ein shoutout oh mein gott bin ich scheiße ok poste so oft wie du willst diesen satz boah ich bin so schlecht ey keine ahnung junge was ist das für eine bullet bill warum geht die nicht mehr ich habe keine ahnung ob meine mods da sind ich danke dir auf jeden fall für dein lurk plebsen das waren wie immer nur schläfer was der auch noch auffordert gute frage weiß er nicht zucker ja weil ich eine woche ja und neue welt rekord nee froh wenn ich überhaupt meine baby schlage irgendwann mal was war das für ein jank also das verstehe ich nicht ich war im spin jump und wie kann ich das hä keine ahnung man ja der run ist bis jetzt echt kompletter müllhaufen kompletter trash ach man ey come on dude duuuuuude komm on come on o o o o o o n swicks k k k k k k k k k Jetzt habe ich schon keinen Plan mehr, was ich hier mache wieder. Ach Junge, okay, ich spiele gerade richtige Scheiße zusammen, boah, hey, das ist so schlecht, dass ich hier mache. Danke, hey, boah, Junge, 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 keine Ahnung, Mann, was du sagst schon wieder war. Moin, Marc, ich wünsche dir einen schönen Dienstag, hoff bei dir ist alles fresh. Ach, wieso? Oh, oh! Wow. Oh Wir sind vor unserer PB PB Pace Die Zeit ist voll schlagbar Meine PB Das ist echt kein guter Run Es ist ein Mann Pico Diri, Diri Diri Es ist ein Mann Pico Pico Ja da ist wieder dieser park man was war das denn man selber dumm ja ich kann auch schalte gelb Quattro oder Zillinen 999 3 Dezilliaden 999 3 Dezilliönen 999 Duo Dezilliaden 999 Duo Dezilliönen 999 Und Dezilliaden 999 Und Dezilliönen 999 Dezilliaden 999 Dezilliönen 999 Nun Elia den 999 Nun Elia den 999 999 999 999 999 Sehr interessant Skeptist 999 999 Sextilliaden 999 Sextilliönen 999 Quintilliönen 999 Quintilliönen 999 Quattro oder 999 Quattro oder 999 Trilliönen 999 Trilliönen 999 Billiönen 999 Billionen 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 999 Sub oder Schelle, ne? Skeptis, ich danke dir für 25 Monate, Mann. Junge, vielen, vielen Dank. Ach man, wieso klappt diese Stelle nicht? Oh, okay. Junge, spring doch, du Wurstknoten. Oh, man. Ah, 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 ah. Oh Und die tote dabei aber ist egal Und ja das ist krass Schelle Och man ich bin so schlecht Oh 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 Hey moin sliver na Bei dir sei es fresh Wow war das scheiße Moin Hentai na Alja ich wurde gejankt Das war jank man Ich habe ein Regret gemacht und wurde gejankt Ich hoffe bei dir ist alles fresh man Ich hoffe du hast einen schönen Dienstag Den 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 Hauptsache das klappt Für Treye nachfangen dass sie in schnitzel gegönnt ja geil ich auch wieder bock als ob das gold war hey moin kämpfer na als fresh bei dir mein lieber wünsche den schönen dienstag was mache ich und 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 wünscht ihr auch danke dir danke 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 sollen wir machen hat keine lust doch was alkoholisches stelle fuck me Hehehe Naja und ich habe normal darauf geantwortet Schelle Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Mane, wie so oerwürfen ist nach oben?! Nein, ich falle darauf rein, weil ich ein Opfer bin. Ich wusste es, warum schieße ich nach oben? Mann, das habe ich jetzt ein bisschen verpeilt, wenn ich ehrlich bin. Das war eigentlich echt unnötig. Das war echt unnötig einfach. Oh, come on, dude. Oh, fuck. Mann, hör auf, das nach oben zu werfen. Ich drücke hier ganz normal meine Tasten. Wir hätten hier timesafen können. Oh, man, come on, dude. Oh, ich hasse diese Stelle da. Oh, ich hasse diese Stelle da. All right. War nicht gut. War ich nicht gut, aber ist okay. Das ist okay. Joshi, danke für deinen Lork. Kuss geht aus. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, diri, 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 dir Abzabzabzabzabzz Zzzzabz Zzzbzbz Zzzzzz Honeylops und moin ich wünsch dir einen schönen dienstag hofft bei dir ist alles fresh habe da habe da okay das level habe ich noch nie gewonnen schrattet auch man so viel geworfen angriff geht weiter was für ein angriff yo good song what's up man thanks for the good luck my friend hope you're you're well oh my god hot oh my god dude you too thanks yeah we are practicing for um yeah we are we are practicing some jigoku too i need to do it but i can't tell you why because i'm not allowed to so we are practicing this hatte sie einen brief geschickt mit einem schreiben rückschein wo alle bevor wir drin waren jetzt kommt wieder ein brief sie braucht was sie brauchen ein verständnis okay für den bewusster richter aus der klinik ich rufe an sagt denn ich habe geschickt da nicht im brief drin ich kotze bald echt wow okay yeah just in case because i will do some more runs of this what's the third place time okay cool okay 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 No, come on! Wow. 32, 13. That sounds beatable. But it's, it's, yeah, it's a long wait until it's... No, dude. Oh my god! Holy shit, dude. Ha 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 ha. Ha ha ha. L-l-l-l-l-l. Ja. Lucky. Fühlt sich total verarscht, ja, glaub ich. Also, sie haben ihn wieder gefunden. Naja, keine Ahnung, man. Was soll mir dazu sagen. Ja. 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 Oh my god, man. Oh. Oh. Boah, der Run... Der ist eigentlich gar nicht mal so Scheiße. ich mache nur so dumme scheiße wie das gerade das ding ist du darfst auch nicht zu lange warten ich es war schon richtig aber es war ein bisschen zu früh mann scheiß so da auf dumme Oh. Ach man, der Rex ist die... Ach man. Ja, ich kann aus scheiße Geld machen. Oh. 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 Ich hab das Pokémon-Spiel aktiviert, ja. Kam kein Pokémon bis jetzt? Müsste eins gekommen sein. Also davor. Weißt du auch nicht, wie lange du da bist. Bin schon mal raus. Du gehst jetzt arbeiten, oder? Dann würde ich dir auf jeden Fall noch eine frohe Schicht, mein Lieber. Danke fürs Rumhängen. All right. Hey, Chris und Moin, Peps. Chris, ich wünsch dir einen schönen Dienst, der Koffer dir geht's gut, mein Lieber. Und Peps, dir wünsch ich auch einen schönen Dienstag. Und viel Spaß im Lurk. Kuss geht aus. Oh mein Gott, was war das denn? Wow. Wow. Wow! 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 Ja, du musst, du musst da arbeiten, oder nicht? Das ist, das hätte so eine bessere Zeit sein können, ne? Das ist halt das Ding auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob ich noch eine viel bessere Zeit hätte sie werden können. Also wir haben locker vier oder drei, okay, drei Minuten oder vier Minuten locker verschwendet, weil ich ein Plepp bin. All right! Boah, ich glaube nicht, Ben Hur. Oder habe ich den noch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ey, Musics, na? Als fresh bei dir, mein Lieber. Ich wünsche dir einen schönen, schönen Dienstag. Oh. Okay. Dann soll ich ein bisschen machen. Oh, Mann. Also soll ich ein bisschen machen. Oh, Mann. Oh. 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 daran wie gesagt daran hätte viel besser sein können werden locker auf wird locker wie gesagt noch mal drei oder vier minuten wegrasieren können hey musix danke für den lördkuss geht raus danke 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 okay Okay Moin, Eis von der East, Junge Na? Alles fresh bei dir, mein Lieber? Wünsch dir einen schönen Dienstag Ja Ja Ich weiß auch nicht, wie lange halt Kämpfer da ist Die spawnen alle 5 Minuten und das ist random halt, ne? Die haben halt keine 100%ige Genauigkeit, wann sie erscheinen Es ist 50-50, ob das Pokémon erscheint oder nicht Ach, was mache ich, Mann? Oh! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.